Und hier sind wir auch schon wieder zurück mit Assassin's Creed 2. Versuchen immer noch zum Templertum zu kommen. Eben haben wir einen endlos langen Kampf gegen zig Gegner gekämpft. Und da sind schon gleich wieder die Nächsten. Die uns auf die Eier gehen wollen. Das heißt natürlich dafür sorgen, dass die uns nicht sehen nach Möglichkeit. Und hier stellt sich mir gerade die Frage, warum ich hier nicht weiterkomme. Eigentlich müsste ich hier hochkommen. Naja. Holen wir es halt mal hier. So schwittert ist sowas. Hä? Warum komme ich denn hier nicht hoch? Nee. Hä? Das ist ja auch mal komisch. Ja, das hat es super gebracht, da hoch zu klettern. Und hier muss ich in dieses Gebäude reinkommen. Das ist ein Borja-Messenger. Ja, wahrscheinlich geht es hier über die Hinterwand viel einfacher rein. Oh, Christo. Christo hat schon lange nichts mehr verhüllt. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, das letzte war es Brandenburger Tor, als er verhüllt hat, oder? Auch ein sehr seltsamer Künstler, meiner Meinung nach. Aber gut. Kunst ist halt, was du draus machst, ne? Ist nicht immer jedermanns Sache. Muss man halt auch mal sagen. Ah, guck mal hier. Da wäre es hochgegangen. Jaja, ich weiß, dass meine Sache inzwischen ein bisschen damaged ist. Aber ich will jetzt endlich diesen scheiß Assassinentum da schaffen. Ja, ihr da unten, lasst mich jetzt bitte in Ruhe, dass ich endlich in dieses Gebäude reinkomme. Ist halt auch ein bisschen komisch, dass es nur an dem einen geht. Naja. Einschränkungen, mit denen man halt leider leben muss. Aber ich meine mich dran zu erinnern, dass ich das das letzte Mal auch schon das Problem hatte, dass ich da den Weg nicht gefunden habe. Da ich dachte, ja, gut, bringst halt alle vorne rum um. Wird schon passen. Ne, passt halt blöderweise nicht. Dann müsste das hier jetzt irgendwo sein, genau. Da haben wir doch den Eingang zu neuen Sachen, wo total viel zu klettern ist. Und ich mal wieder beweisen kann, dass ich wirklich zu allem zu blöde bin. Ja. Da schauen wir doch mal. Ach ja, äh, an dem Tag, wo ich das heute aufnehme, also am Dienstag, den 29.01. Äh, gibt es außer dem Freelancer-Let's Play nichts. Ja, einfach weil ich halt heute aufnehme und morgen noch aufnehme. Und ich einfach mal wieder eine Zeit lang was habe. Weil ich schaffe es heute nicht zu rendern, aufzunehmen, zu arbeiten. Und alles gleichzeitig. Ja, schön. Das öffnet sich gleich, äh, automatisch. Das ist ja toll. Jetzt natürlich die Frage. Wir wollen da hin. Und, hä? Okay. Dann macht der Sarkophag sicher was anderes, als uns gleich zum Ziel zu bringen. Ach, genau. Das sind die vier Riddles, die man da jetzt lösen muss. Die sind eigentlich ganz cool gemacht. So. Jetzt gehen da nämlich immer so einzelne Sachen runter. Man kriegt ziemlich genau erklärt, was man machen muss. Problem ist nur, dass ich dafür meistens zu doof war. Für da einmal außen rum zu laufen. Weil man halt immer da oben dann dran ziehen muss. Und da war ich meistens zu doof für. Oder auch schlicht zu langsam. Das kam auch schon das eine oder andere mal vor. Weil Ezio nicht dahin sprang, wo er hinspringen sollte. Oder ich, äh, nicht das gemacht hab, was ich sollte. Man hat zwar verhältnismäßig viel Zeit. Aber man muss halt auch bedenken, dass hier verhältnismäßig viel zu tun ist. In dieser doch recht knapp bemessenen Zeit dann letzten Endes. Da klingt jetzt für Außenstehende vielleicht alles ein bisschen seltsam. Aber ihr werdet sehen, ich werde das eine oder andere Mal, äh, wirklich gnadenlos scheitern. Der Anfang geht, wie gesagt, noch. Dann dreht sich das alles richtig geil zu einem coolen Bild. Jetzt wird alles ein bisschen anders. Aber, naja, also wie gesagt, ist es wirklich schön gemacht, also. So, das hab ich jetzt. Dieses Trial. Wir müssen da hoch. da rüber. Da ran, da rauf, da rum. Und, ja, ich hab den Anfang schon wieder vergessen. Schauen wir mal, ob wir den Weg noch finden. Ja, lass mich los. Lass mich laufen, du Schlampe. So, da rauf, da ran, da rüber, hier lang. Und auch geil, diese ganzen, äh, technischen Sachen. Nie ist es auch nur irgendwem aufgefallen. Das finde ich ja eh immer in diesen ganzen, äh, ja auch Adventure-Filmen immer so lustig. Dass das halt nie irgendwem auffällt. Ähm, ja. Ähm, ich hab den Weg vergessen. Hier einmal rum. War's so? Anscheinend. Ja, man hat auch wirklich verdammt viel Zeit hier bei dem Ding. Das könnte so sein. Nein, jetzt natürlich die Frage, äh... Hier weiter? An den Orgelpfeifen hoch? Ah, das dreht sich schon schneller. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass... Ich, äh... Obwohl... Das hatte ich irgendwie das letzte Mal zeitkritischer in Erinnerung. War das denn vielleicht irgendein Rätsel, was ich beim besten Willen nicht hinkriegt? Ich glaube, ich finde es cool, wie sich dann der Boden, äh, tatsächlich so verdreht, dass da ein Assassinsymbol rauskommt. Da bin ich ja generell immer großer Fan von, von irgendeinem Verschwörungssachen, dass man da was reindepretieren kann, wenn man hier was dreht, da was dreht. Das finde ich immer cool. Das war, glaube ich, dieses megamäßig Zeitkritische. Ähm... Wo ich den Weg als nicht gefunden hab. Genau, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht weiter zu versuchen. Seitdem, ich habe wirklich so viel Zeit, dass... Das hier ohne weiteres mit einkalkuliert ist. Was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube. Ich glaube... Ähm... Da lang? Ach ja! Wenn man sich den Weg nicht merkt... Gehört es einem halt auch nicht anders, dass man dann den Weg nicht findet. Ja, das kann ich knicken. Da kann ich nur mal von vorne anfangen. Das klappt nicht mehr. Vor allem... Da frage ich mich, warum der falsch gesprungen ist, denn theoretisch war ich ja da. Naja. Nochmal. So, hier hoch. Nein! Scheiße! Schon wieder falsch. Hier an der Tür muss ich hoch. Hä? Wo bin ich denn eben lang? Ich voll depp. Ach da! Ich bin überhaupt blöd. Ich bin fähig, als ich es nicht merke. Also dafür könnt ihr mich echt hauen. Also virtuell. Ja, dafür auch. Ich gehe gleich zum Start zurück. Das hat keinen Sinn mehr. Da kann ich gleich ein bisschen warten. Sag mal, wenn man sich das nicht damit draufstellt, dann startet der Counter nämlich einfach von neu. Hätte ich eben auch gleich machen können. Besser wäre das gewesen. Ich hätte das gemacht. Scheißdreck! Das war, glaube ich, die Sache, die ich das letzte Mal schon gehasst habe. Das müsste das gewesen sein. Ich wusste doch, irgendwas hier in diesem Ding war so beschissen, dass ich es wirklich, wirklich gehasst habe. Also, dafür wollte ich auch echt das Spiel gegen die Wand klatschen. Weil, oh! Kletterpassagen, schön und gut. Aber dann muss halt in den Dingen auch wirklich 100% die Steuerung passen. Und ihr habt es ja eben gesehen, da ist er in eine andere Richtung gesprungen. Und da passt es dann halt oft dann irgendwie nicht. Ah ja, jetzt. Jetzt ist er richtig hingesprungen. Gut. Jetzt dreht sich das. Fump. Und gleich schon nochmal das Assassinsymbol. Der letzte Trial. Gingen wir den noch hin hier in der Folge? Ja, den machen wir noch. Also, da über diese kleinen Dinger. Nach da drüben. Und dann am Kreuz nach oben schwingen. Ja, starte auch. Nicht daneben springen. Drauf springen. Genau. Da lang. Darüber. Dahin. Da lang. Wahrscheinlich wäre die andere Richtung kürzer gewesen. Natürlich wäre sie das gewesen. Ja, da habe ich mir selbst ein Ei gelegt. Oh, schöner Grafik-Bug. Hier blendet mich mal wieder das Licht. Das wird glaube ich nichts. Die Uhr tickt schon schneller. Ja. Das wird glaube ich echt nichts. Ja, schwing doch auch. Warum macht er denn nichts? Der Herr Ezio. Pff. Gerade so noch. schwingte der als nicht. Hat er meinen nach vorne drücken nicht akzeptiert. Und da geht das Assassinen-Symbol in den Boden rein. Und wir haben den nächsten toten Assassinen gefunden. Sehr schön. Ein weiteres Symbol für unseren Keller in Monte Geordi. Lass mal das Geld mitnehmen. Denn das brauchen wir auf jeden Fall. Denn ohne das Geld geht da mal gar nichts. Wir müssen unbedingt unsere Sachen reparieren. Wir brauchen unbedingt neue Medizin. Und da dreht sich das Ganze. Das finde ich auch voll cool. Diese Animation. Da fragt man sich ernsthaft. Hä? Wo kriegen die die her? So. Das Symbol der Schlange. Aus Ägypten. Fünf von sechs. Ja. Das letzte ist in der letzten Stadt. In, äh, warte mal. Was ist, äh, Florenz, Venedig und Dingens, ne? Da gibt's dann das Letzte. Und dann haben wir alle. Coole Sache. Coole Sache. So, wir sind ja draußen. Wir haben die Folge schon wieder überzogen. Aber wollte ich auch extra kürzere Folgen machen, dass ich mehr aufnehmen kann. So. Aber, wie es weitergeht, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Also, tschüss. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.